Auch in Manswörth durften die Erstklässler Heuerbäume und Sträucher pflanzen. Die Kinder hatten viel Spaß und so mancher stellte sich sehr geschickt an. Der Umgang mit der Natur wird im Alter oft verlernt. Umso wichtiger ist es den Kindern tolle Erinnerungen daran mitzugeben. Oberförster Hannes Bammer erklärte den Kindern, wie wichtig die Bäume für unsere Gesundheit sind. Es ist sehr wichtig, dass die Kinder einen Baum pflanzen können. Es ist gar nicht gesagt, dass sie irgendwann einmal im Leben noch eine Möglichkeit haben, einen Baum zu pflanzen. Es ist eine gute Erinnerung und wenn man dann fortsetzt und sagt, wie wichtig der Wald ist, dann hat man auch eine Beziehung, wenn man selber mal einen Baum pflanzt, wie mühselig das ist. Und ich finde eigentlich, diese Aktion ist ins Leben gerufen worden in Schwächert vor einigen Jahren und ist sehr wichtig und sollte auch fortgesetzt werden. Wird das Thema Nachhaltigkeit oder warum es so wichtig ist, Bäume zu pflanzen, dann auch noch behandelt? Auf alle Fälle wird das behandelt. Im Zuge vom Sachunterricht wird man den Kindern erklären, was es da auf sich hat mit den Bäumen, mit dem Sauerstoff. Das wissen manche vielleicht schon in der ersten Klasse, manche wahrscheinlich noch nicht so genau. Werden die Kinder dann auch wieder ihre Bäume besuchen kommen? Das glaube ich bestimmt. Sie haben sich jetzt schon ihre Bäume ganz genau gemerkt. Ich habe es schon gehört, zwei Mädchen haben sogar schon Namen vergeben für die Bäume. Also ich denke, sie werden sicher auf Besuch kommen. Wir sind ja heute in Mansworth. Die Volksschulkinder durften Sträuche und Bäume einpflanzen. Warum macht man das? Ja, es ist ganz einfach. Man versucht, den Kindern die Natur näher zu bringen und es ist für sie ein großes Erlebnis, Bäume einzumpflanzen. Und wie man gesehen hat, das macht einem unheimlich Spaß. Erzähl mal, was hast du da gerade machen müssen? Ich musste einfach nur schaufeln. Da war ein Loch. Ein Erwachsener hat mir geholfen. Der hat den Baum dort gehalten und ich habe ihn halt zugeschaufelt. Glaubst du, wirst du mal zu Hause auch einen Baum einpflanzen oder hast du das schon mal gemacht? Ich weiß es nicht, aber einen werden wir mal raustun und einpflanzen. Wie haben sich die Kinder so angestellt? Also die Kinder waren hervorragend und ausgezeichnet. Die haben sich toll angestellt. Also die 24 Sträucher oder Bäume waren im Nu bepflanzt. Und es hat natürlich einige Vorbereitungsarbeiten durch die Stadtgärtnerei Schwächert. War erforderlich, aber ich möchte mich natürlich auch bei den Mitarbeitern der Stadtgemeinde Schwächert, bei der Gärtnerei insbesondere bedanken, dass sie diese Vorarbeit geleistet haben und dass dann die Kinder die Bäume haben pflanzen können. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020